Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 23. April 2022. Gerüchten zufolge hat Ali seinen ersten Budengang erfolgreich zu Ende gebracht. Ali war noch nie allein auf einem Budengang unterwegs. Gegner der Aktion argumentierten, ist er nicht zu jung dafür. Aber Ali konnte alle Zweifler mit einem zuversichtlichen Ich-Kriege-das-schon-hin überzeugen. Und wurde schließlich mit dem Budengang betraut. Er wurde zwar von Hunden verfolgt und hat außerdem das Wechselgeld an der Kasse vergessen. Aber den Budengang konnte Ali erfolgreich abschließen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Über das Thema habe ich gerade gesprochen. Ich bin wirklich nicht interessiert. Danke fürs Zuschauen. Ich bin da, Bubu Bar. Der 23. April war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.